Hallöchen und ganz herzlich willkommen. Ich bin die Mini-Gosi und ich möchte euch mit diesem Video Danke sagen. Danke für den super tollen Stream gestern auf TikTok. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte so viele Lachflash, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt hatte und es war der Hammer. Ihr seid eine richtig, richtig tolle Community. Ihr seid echt klasse. Ihr habt mich so sprachlos gemacht und ich zittere immer noch, weil ich nehme dieses Video gerade im Anschluss des Streams auf. Und ich muss das alles erst mal verdauen. Die ganzen neuen Follows, die ganzen Likes, oh mein Gott, die ganzen Geschenke, die kamen. Und wow, ich habe sowas noch nie erlebt. Und für mich war es halt das erste Mal mit so, so, so vielen Menschen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch Spaß dran gehabt habt. Und ja, einige, die haben mir halt geschrieben auf Instagram, dass es ihnen echt gut gefallen hat. Und ich freue mich natürlich mega drüber. Und jede Nachricht, die kam, die gesagt hatte, oh, das Stream war toll, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben so gelacht und oh mein Gott, das lässt mein Herz aufblühen. Ganz ehrlich, ich freue mich wirklich, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr auch dabei bleiben wollt und auch mich besser quasi kennenlernen wollt. Und ich finde das einfach große Klasse. Und ja, ich wollte euch auf jeden Fall Danke sagen. Danke für alles, was ihr gestern getan habt. Auch für die ganzen Schockmomente. Ja, mit den ganzen Geschenken, da war ich gestern richtig, richtig überfordert. Und ja, wie gesagt, ich bin sowas halt einfach nicht gewöhnt. Und ich hatte ja gesagt, dass ich ja eigentlich die Bilder, die ich gemacht habe, einfach hochladen wollte. Aber ich dachte mir so, nein. Es muss mehr sein. Ich kann einfach nicht nur ein Bild hochsetzen und hochladen und nee. Dann habe ich mir gedacht, ich schneide ein Video zusammen, ein Dankeschön-Video mit den Bildern, die ich gestern gemacht habe. Und ja, natürlich nenne ich auch Namen, na? Wie ich versprochen habe, ich halte ja mein Wort. Und auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, weil ich habe vor, öfters zu streben. Nicht nur auf TikTok, sondern ich möchte auch auf YouTube ein bisschen aktiver werden, was Stream angeht. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr seid nämlich echt große, große Klasse. Und ja, ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Okay, dann würde ich auch hier das Video jetzt beenden. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ja, genießt hoffentlich das schöne Wetter. Und wir haben auch einiges geschrieben, dass sie halt, ja, etwas krank sind an euch. Natürlich gute Besserung, dass sie ganz, ganz schnell wieder auf die Beine kommt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis denn dann. Tschüssi.